Stell dir vor, es gäbe einen geistlichen Schutzschirm über Deutschland. Tausende Beter aus allen christlichen Richtungen, verbunden durch ein Netz von Beziehungen, die regelmäßige Gebetsinfos bekommen, aus Politik und Gesellschaft, die Tag und Nacht beten für unser Land. Und Gott handelt. Dieses Gebetsnetz gibt es. Wächterruf Gebetsnetz für Deutschland. Sei auch du dabei. Mehr Infos bekommst du unter www.wächterruf.de